Hallo, da sind wir wieder auf ein Landwirtestimulator. Hallihallo. Der Helfer ist wegen bei ihm gefahren. Ja genau, der Fabian ist auch bei Fabian. Ja. Da sind wir in jeder Menge Alp-Rose hinfahren. Oh, der hat mich zu wachen. Ne, nicht der Helfer. Das ist der Helfer. Eine Helfer. Ja, das ist halt dran. Vorsicht. Wir brauchen mal wieder Geld. Wir gehen nur noch einmal. Oh, Alter. Wir brauchen mal wieder Geld. Ich gehe in Radladereien. Jetzt haben wir 90.000. Schon extrem. Was gibt... Ähm, ja. Bei dem Case, bei dem läuft es auch, oder? Ja, hier war es. Hm, hallo. Soll ich schon wieder was hier sehen? Ja, hier war es. Soll ich schon wieder was hier sehen? Ja, hier war es. Wo ich gerade so nachdenke, wie das jetzt weiter will. aber aber ich warum ja wird auch sehr viel nachts wird wahrscheinlich ziemlich viel von ihm hochgeladen wozu gibt es die mediamarkt ich hab das auch nicht kaputt gemacht du warst es also jeden fall ich habe noch einen titel auf da wurde dann bei mir war nämlich ein kontaktfehler und wer hat sie dahin gepackt reisen und wer hat sie dahin gepackt ich glaube du keine ahnung sieht aber gut aus bei mir leckt es zu doll oh ja jetzt ist es göttlich überhaupt nicht göttlich wir warten alle nur auf diesen letzten Händler die uhrzeit passt sogar fast geht nur fünf minuten nach und zwei stunden eine stunde also fünf minuten und eine stunde jetzt wisst ihr welche uhrzeit wir gerade haben und nein was viele denken es ist keine liveaufnahme hä es ist keine liveaufnahme es denken viele leute ähm ja gar nicht warte noch nicht aufgefallen nein ja ja noch nicht aufgefallen nein noch nie gesehen bei die und die stelle hast du ähm was falsch gemacht mach das bitte beim nächsten mal so und so ja das schon aber beim nächsten mal und ja ok da ist noch kein richtiges beispiel ähm ich muss erst mal ein beispiel finden ich muss erst mal ein beispiel finden ey ganz ehrlich ich werde einmal kurz mach's doch blöde ich hab nicht gesagt dass du es nicht dieser blöde Elfer aber du bist ja nicht mit ihm was bin ich dann ein gast oder was du bist mein Sklave ach 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 ich schick dir morgen die Rechnung どれ ok du kriegst 10% der Einnahmen dieses Tingles 1000 auf 100 Euro ja mir sex doch beef beziehungsweise du 1000 Euro verdienen willst war das mit youtube war es nicht so dass du in zwei jahren chrome überholt hast ach so, stimmt, da war es ah, göttlich ja, da war mal was also, liebe Tims Zuschauer in zwei jahren hat er gesagt, ist er größer als krank schauen wir mal, ob dieses muss ich noch ein wenig da muss noch ein wenig also, ich meine von Abozahl ähm jeden Fall ähm, top die Wette gilt Abonnenten gegen Tim Abonnenten gegen Tim so warte mal, Wetten, dass äh, ist die Hymne von Wetten, dass Gamer geschützt? äh, ja, die ist geschützt Wetten dass Nein, du lässt das jetzt bitte ich hab übrigens die Zeit schnell gemacht Wetten, dass Unfall, okay da war ja was Achtung, ich fahr dich jetzt um ne? Nein, ich bin tot Okay Ich hab mal die Zeit schneller gemacht Okay Wir haben jetzt die Uhrzeit von jetzt Ja Ja Wetten, dass Musik Nein, bitte Gamer frei Gamer frei Gamer frei Titelmusik Gamer frei Ach, nicht schon wieder gute Frage, Punkt nicht, ihr nervt Wer ist noch dafür, dass Gamer, äh, Gamer frei Titelmusik Wie viel Geld hast du? Ähm, Alter Was denn? 270.000 Du hast dich jetzt noch einmal gerade in den Radlager gesetzt, oder? Ja Nein, noch nicht Wie viele Prozent hat er denn? 35 hat er noch Goldgrube Ja, schau, guckst du ja auch mal so ein Angebot Ja Drei Zwei Eins Nochmal 70.000 Wie kostet denn eins 400 Oder 300.000 Eben eins kaufen Nein Ich backe da jetzt nicht hin Ich backe jetzt zum Silo Und backe dir nochmal Geld rein Und backe dir nochmal Geld rein Und wir ernten so der Felt 1 Felt 1 ist aber geil Vor allem mit Mais Nein Machst du überhaupt nochmals? Ich habe jetzt zum Silo 1 Zwei meiner Silo sind perfekt Echt? Warum? Bei mir gehen alle Wunderbar Toller lol Toller lol Alice hat dich verarscht Von was? Ja Ja, dann warte doch mal Hallo Verdammter Käse Ich wünsche dir mal Ja, ich würde euch das zu sehen Und dann schauen wir uns einen Ja, dann wollen wir das in Kao Ich glaube, wir wollen nicht mehr, dass es nicht so gut ist. Wenn die nicht, geht die nicht so gut. Ich hab das mal gemacht, aber... So. Schau mal, was kält. Boah, 56.000. Kannst du mal die andere Settmaschine holen, die Settmaschine zu polizieren warten? Ich bin gerade ein Geldlieferant. Alter, wo kriegst du das Geld her? Bring her! Alter, ist das krass! Alter! 900.000! Geht das schnell? Das ist der Wahnsinn! Das hab ich ja selbst nicht gesagt. Wusstest du das nett? Eine Million... 1,1... Und daran werden wir dann mal was ändern, nicht? 472.000 schon. Weniger. Und ich gebe dir Geld. Das ist meine Geldmaschine. Ich glaube, immer wenn du Geld brauchst, benötigst du mich. Aber ich glaube, du hast große Geld, aber am nächsten Tag weiter nicht. Wir sehen uns. Tschüss! 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 Tschüss!